Fighting to be free. Nie so begehrt. Von Kirstie Mosley. Es lesen Milena Karras und Patrick Bach. Seine Faust traf meinen Kiefer. Brutal. Der Schmerz durchzuckte mich und breitete sich in meinem Gesicht und meinem Hals aus. Mein Kopf wurde zur Seite geschleudert und meine Augen schienen förmlich durch die schiere Wucht des Schlages in den Höhlen zu beben. Der Kerl wollte offensichtlich, dass das hier schnell zu Ende war. Das war toll, mehr davon, ermutigte ich ihn und winkte ihn heran. Der Typ sah sich verwirrt um. Anscheinend irritierte ihn, dass sich offensichtlich kein echtes Interesse zeigte und auch keinen Schmerz empfand. Um uns herum stand die johlende Menge von Zuschauern in der großen verlassenen Lagerhalle, in der heute Nacht der Fight Club veranstaltet wurde. Der Schmerz war eine willkommene Ablenkung von dem Aufruhr in meinem Innersten. Ich war einfach glücklich darüber, an etwas anderes denken zu können. Etwas anderes als sie. Komm schon, Mann. Du musst doch noch mehr draufhaben als das, reizte ich ihn. Er kniff die Augen zusammen und grinste höhnisch, als er nun auf mich zuging und mir blitzschnell in den Magen boxte. Mir blieb die Luft weg und ich krümmte mich. In dem Moment rammte er mir das Knie ins Gesicht. Ich fiel nach hinten und krachte auf den kalten Betonboden. Das Gebrüll des Publikums war ohrenbetäubend. Ich schloss die Augen, ließ den Kopf nach unten sinken und lachte leise in mich hinein. Die Unmengen an Alkohol, die ich heute Nacht getrunken hatte, hatten mich noch immer fest im Griff, sodass mir alles egal war. Kit, was zur Hölle treibst du da? Ich wusste, dass es ein Fehler gewesen war, mich von dir überreden zu lassen. Ich werde den Kampf jetzt auf der Stelle beenden. Unter allergrößter Anstrengung öffnete ich die Augen und drehte meinen schweren Kopf, um Jensen anzuschauen, der am Rande des improvisierten Rings stand. Seine Mine spiegelte in Sätzen, Besorgnis und Ungläubigkeit. Als Besitzer und Organisator des illegalen Clubs würde er bestimmt eine Menge Geld verlieren, wenn ich besiegt werden würde. Wage es ja nicht! Ich schaffe das schon! Selbst ich konnte hören, dass ich lallte. Unbeholfen rollte ich mich auf die Seite, drückte mich hoch und kam langsam wieder auf die Beine. Aus den Augenwinkeln verfolgte ich, wie Jensen sein Handy hervorholte, ohne den Blick von mir abzuwenden. »Bist du gleich da? Das läuft hier völlig aus dem Ruder. Gut, beeil dich verdammt nochmal!« Ich runzelte die Stirn. »Oh ja, mach ruhig! Verrate mich! Ruf jemanden, der den Babysitter für mich spielt!« sagte ich und schnaubte wütend. Weil ich unaufmerksam war oder weil er einfach ein Feigling war, warf sich der Typ, gegen den ich kämpfte, von hinten auf mich, so dass wir beide nach vorn fielen. Die Menge, die weder einen der Kämpfer noch herumspritzendes Blut abkriegen wollte, trat zur Seite. Wir krachten also in einen Pick-up, der am Rande des Rings gepackt war. Der stoßweise Atem meines Gegners war keuchend und schnell, als der Typ mir nun Schlag um Schlag in den unteren Rücken und in die Seite verpasste. Während der Schmerz sich immer weiter in meinem Körper ausbreitete, wusste ich, dass es die richtige Entscheidung gewesen war, heute Abend hierher zu kommen. Das hier war genau meine Vorstellung einer gelungenen Ablenkung. »Kid!« Selbstverständlich hatte Jensen Ray angerufen. Er war einer meiner besten Freunde und Jensens Cousin. Ich drehte den Kopf, schaute ihn an und bemerkte die Sorge in seinen braunen Augen. »Was geht, Kumpel?« murmelte ich und versuchte zu grinsen. »Was zum Teufel treibst du bloß? Jensen meint, du wärst betrunken. Was zur Hölle soll das?« brachte er hervor und schüttelte den Kopf. Bevor ich antworten konnte, griff mein Gegner mit beiden Händen meinen Shirt und zog mich auf die Beine. Ich zuckte zusammen und bereitete mich innerlich auf einen weiteren Schlag vor. Während seine Faust auf meinem Wangenknochen landete, hörte ich Rays Stimme. Sie klang fest und ich bemerkte die Wut, die darin mitschwang. »Jensen, brich diesen Kampf ab, oder ich mache es!« Zorn kochte in mir hoch. Wenn sie den Kampf abbrachen, würde ich verlieren. »Nein!« rief ich. Ich sah zwischen Ray und Jensen hin und her. »Nein!«, wiederholte ich wütend, knurrend. Kit Cole verlor niemals. Eine Niederlage konnte ich nicht akzeptieren. Ich hatte meinen Spaß gehabt und bekommen, was ich wollte, eine Atempause von meinen quälenden Gedanken. Aber jetzt war es an der Zeit, das hier zu beenden. Ich streckte den Arm aus und fasste die Hand, mit der mich der Kerl festhielt. Seine Augen weiteten sich ein winziges Stückchen und er hielt inne. »Scheint, als hätte ich jetzt lange genug herumgealbert. Tut mir leid!« Sobald ich den Satz beendet hatte, schlug ich ihm meinen Kopf mit solcher Wucht ins Gesicht, dass sein Nasenbein brach. Und das war es auch schon. Ganz einfach. Bewusstlos sackte er zu Boden. Ray und Jensen stürmten zu mir. Jensen erreichte mich zuerst, packte meinen Arm und riss ihn in die Luft. »Gesamtsieger des heutigen Abends! Kit Cole!« Nur die Hälfte der Menge jubelte. Die andere Hälfte zerknüllte die Wettscheine, warf sie wütend auf den Boden und fluchte. Schief grinste ich und stützte mich schwer auf Ray, der mich zu meinem Stuhl führte, der etwas seitlich stand. Ich ließ mich fallen. Ray kniete sich vor mich und reichte mir eine Flasche Wasser. »Trink das! Verdammt, du siehst echt fertig aus!« bemerkte er. Ich streckte den Arm aus, schob die Flasche zur Seite und lächelte, während ich auf meine Lederjacke deutete, die über der Rückenlehne eines anderen Stuhls hing. »Gibst du mir mal die Jacke?« Mit besorgtem Blick kam er meiner Bitte nach. Wortlos griff ich in die Innentasche und meine Hand schloss sich um das Objekt meiner Begierde. Eine glatte, kleine Glasflasche. Ich hörte, wie Ray stöhnte, so wie er die halbleere Whiskyflasche erblickte. »Ernsthaft, Kit?« Ich zwinkerte ihm zu und schraubte den Verschluss auf. Eilig trank ich einen großen Schluck und genoss das brennende Gefühl, als der Alkohol meine Kehle herunterran. »Willst du auch?« leillte ich. Er antwortete nicht, nahm mir nur stumm die Flasche aus der Hand, schraubte sie wieder zu und stellte sie auf den Boden. »Was soll das alles, Kit? Ich habe einen Anruf von Jensen gekriegt, dass du besoffen hier aufgetaucht wirst und darauf bestanden hättest, heute Abend zu kämpfen.« »Du siehst scheiße aus. Der Typ hätte dich fast fertig gemacht.« Verächtlich schnaubte ich. »Er kann mich gar nicht fertig machen.« Er hat nur getan, was ich zugelassen habe, was ich wollte. »Du wolltest also, dass er dich verprügelt? Du wolltest diese, diese Sauerei?« Er deutete mit der Hand auf mein Gesicht, um zu zeigen, was er mit der Sauerei meinte. Ich zuckte mit den Schultern und wich seinem forschenden Blick aus. Ray seufzte, legte eine Hand auf meine Schulter und drückte sie leicht. »Um was geht es hier eigentlich, Kit? Als ich dich vorhin gesehen habe, war noch alles in Ordnung. Und dann lässt du dich volllaufen und tauchst hier auf, um zu kämpfen. Ich verstehe das nicht.« Ich musste nur mal auf andere Gedanken kommen. Ich dachte, ein, zwei Drinks würden helfen. Doch dann wurden daraus drei und vier und … Ich gab nicht zu, dass es schon die zweite Flasche Whisky an diesem Abend war. Das Trinken hat überhaupt nicht geholfen. Ich habe geglaubt, jemand würde mir diese Gedanken aus dem Leib prügeln. Doch selbst das hat nicht geklappt. Es hat sich nichts geändert. Meine Brust schmerzte, und das lag nicht an der Prügel, die ich gerade eingesteckt hatte. Es war vielmehr ein tiefsitzender Schmerz, der vor drei Stunden begonnen hatte, als ich eine Mitteilung in den Nachrichten gehört hatte. Ich griff in meine Jackentasche und zog die Seiten hervor, die ich von der CNN-Website ausgedruckt hatte, bevor ich mich auf meine alkoholgeschwängerte Mission begeben hatte. Ich reichte Ray die Blätter und schloss die Augen. Ray nahm die Zettel entgegen, faltete sie auseinander und fing an, den Artikel laut vorzulesen. Bei einem Unfall mit Fahrerflucht auf der Interstate 95 ist heute Nachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Eine zweite Person schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei meldet, dass der Fahrer, Michael Pierce, starb. Nachdem ein dunkelblauer Ford Pickup auf seine Spur gerast war und seinen Wagen mit hoher Geschwindigkeit in die Mittelleitplanke des Highways gedrängt hatte. Der Fahrer des Pickups flüchtete unerkannt. Michael Pierce war sofort tot. Seine Ehefrau Ruth befindet sich in kritischem Zustand. Die Polizei appelliert an alle, die möglicherweise Informationen über den Pickup oder den Fahrer liefern können, sich umgehend zu melden. Ray starrte mich an. Michael und Ruth Pierce? Wer sind die beiden? Ich atmete tief durch. Sie sind Ellys Eltern. Er zuckte zurück, als er verstand. Oh, Scheiße, ich schätze, ich schätze, das heißt, dass sie zurückkommen wird, oder? Ich senkte den Blick. Mein Körper sackte auf dem Stuhl zusammen. Diese furchtbaren Neuigkeiten würden Ellie schwer treffen. Sie hing an ihrem Daddy, und sein Verlust würde sie am Boden zerstören. Und dann gab es da die Angst, möglicherweise auch noch ihre Mutter zu verlieren. Ich wollte sie einfach nur in die Arme schließen, doch ich hatte seit mehr als drei Jahren nicht mehr mit ihr gesprochen. Nicht mehr seit dem Telefonanruf, der uns beiden das Herz gebrochen hatte. Ja, ich schätze, das heißt es. Ja. Langweilig. Mir war so langweilig, dass ich die letzten fünf Minuten damit verbracht hatte, wie besessen an meinem scheußlich herauswachsenden Gelnagellack herumzuknibbeln. Herumzustehen und nichts zu tun war nicht gerade meine Stärke. Wenigstens war fast Feierabend. Ich seufzte und sah mich nach irgendeiner Beschäftigung um. Für einen Freitagabend war es in der Bar ziemlich leer. Für gewöhnlich war es um diese Zeit im King's Arms richtig voll. In dem urigen, typisch englischen Pub mit dem dunklen Holz trafen sich freitags normalerweise die Einheimischen, wenn sie Feierabend hatten und sich aufs Wochenende freuten. Aber heute waren gerade einmal 19 Gäste in der Bar. Und sämtliche Gläser waren noch voll, der Geschirrspüler war bereits geleert und neu befüllt worden, die Gläser waren poliert und in den kleinen Regalen zu meinen Knien verstaut. Es gab nicht mehr viel, mit dem ich mich beschäftigen konnte. Ich ging zu Tobi, meinem Chef, und räusperte mich. Tut mir leid, dich stören zu müssen, sagte ich und lächelte die beiden Stammgäste, mit denen er sich gerade unterhielt, entschuldigend an. Chuck, der Ältere der beiden Stammgäste, grinste und um seine Augen bildeten sich unzählige Lachfältchen. Keine Sorge, es macht uns nichts aus, von einem hübschen jungen Ding unterbrochen zu werden. Tobi lachte. Hör auf, mit meinen Angestellten zu flirten, das habe ich dir schon mal gesagt, schimpfte er mit Chuck und verdrehte spielerisch die grünen Augen. Tobi war ein geborener Südlondoner. Sein Akzent war zuerst nicht leicht zu verstehen gewesen, genau wie der der anderen Leute hier. Doch nach fast zwei Jahren in London fiel mir das alles gar nicht mehr auf. Ehrlich gesagt gefiel es mir sogar. Chuck hob beschwichtigend die Hände. »Ist doch nicht meine Schuld, dass du die hübscheste amerikanische Bardame der Stadt eingestellt hast, oder?« Ich schnaubte nur. »Da es heute Abend nicht besonders voll ist, könnte ich doch Inventur machen, oder?« Tobi fuhr sich mit der Hand durch sein hellbraunes Haar, um es sich aus der Stirn zu schieben. »Ja, das wäre gut. Ich muss morgen eine Bestellung bei der Brauerei abgeben und wenn du die Bestände checkst, würde mir das morgen früh viel Zeit sparen. Danke.« »Kein Problem«, erwiderte ich, drehte mich um und lief zum hinteren Flur, um die Inventurliste zu holen. Auf dem Weg durch den Keller fiel mir auf, dass der Mitarbeiterplan für die nächste Woche ans schwarze Brett gepinnt worden war. Ich blieb stehen und runzelte die Stirn, als ich meinen Namen in der Samstagsschicht entdeckte. Dabei hatte ich Tobi extra gesagt, dass ich an dem Tag nicht arbeiten könne. Wie aufs Stichwort trat Tobi durch den Vorhang und griff in die Kiste mit den Chips. »Tobi, warum bin ich am Samstag eingeteilt? Ich kann an dem Tag doch nicht arbeiten, ich habe schon etwas anderes vor«, erklärte ich. Er runzelte die Stirn und stellte sich hinter mich, um einen Blick über meine Schulter zu werfen. »Dann musst du deine Pläne eben ändern.« »Das geht nicht!« Ich drehte mich zu ihm um und stemmte empört die Hände in die Hüften. »Du musst deinen Plan ändern und dir jemand anders für die Schicht suchen.« Tobi zog eine Augenbraue hoch und grinste amüsiert. Seine Augen funkelten verschmitzt. »Ich werde eine Vertretung für dich organisieren, wenn du mir versprichst, heute Nacht mit mir zu schlafen. Das ist sexuelle Belästigung und Erpressung.« Er zuckte mit den Schultern und machte lächelnd auf dem Absatz kehrt. »Zeig mich doch an!« »Vielleicht mache ich das auch«, rief ich und lächelte ihm hinterher, ehe ich mich wieder dem Plan zuwandte. Ich holte meinen Stift hervor, strich meinen Namen durch und schrieb seinen Namen auf den Plan, bevor ich in den Keller ging, um die Bestände aufzunehmen. »OK«, was für deine Schicht SNL wird Vielen Dank.